Und ab in das nächste Level. Na, viele fehlen uns nicht einmal mehr. Also Level. Und diesmal haben wir ein paar mehr Gegner. Ist durchaus in Ordnung. Wenn man mal die Tatsache bedenkt, dass wir jetzt ja immerhin schon ähm fast am Ende sind diese Watt. Uns fehlt nur noch das, dann das nächste und dann sind wir schon im Boss-Level. So. Da hinten geht's rein. Da unten. Jetzt jetzt natürlich die Frage, ob sich das lohnt. Sehen wir ja jetzt. Naja, okay. Secret ist secret. Dann hat sich's schon ein bisschen gelohnt. So, wunderbar. Dann ab nach unten. Schnellen Anzug holen. Und jetzt sollten wir uns am besten beeilen, damit wir diesen Anzug auch so schön wie möglich auslösen können. Das hier noch schnell mitnehmen. Dann hier noch schnell die Typen wegmachen. und alles wunderbar. Da ist das Exit, aber ich denk mal, ja genau, da kann ich noch nicht hin. Das wär auch gleich lächerlich. So. Oh, da haben wir ja auch noch einen Weg. Eieiei, ey, ey. Ich renne hier gerade auch nur rum. Wie jetzt? Da geht's nicht durch. Na, das ist ja eine totale Pleite gewesen. Jetzt ist der Anzug leider vorbei. Heißt, kein rumtollen im Giften mehr. So, dann machen wir erst mal das Weg. Da haben wir einen Aufzug. Ich geh erst hier hin, aber weil wir haben gar nicht mehr so viel Rüstung gehabt, sehe ich gerade. Dann kommt es doch gerade richtig. Was bringt mir das, dass die Fackeln da runter gehen? Wahrscheinlich nix. Na okay, dann kann man ja wieder nach oben fahren. Mann, da unten war offensichtlich nix. So, ähm. Da könnte man voll rüberspringen wahrscheinlich. Wenn man wirklich wollen würde. Aber ich mach's jetzt mal nicht. Na ja, ey, ey. Jetzt geht es hier doch ganz schön ab. Muss ich mal sagen. Aber okay. Ist ja nicht so schlimm. Darf ja ruhig ein bisschen abgehen. Ähm. Komm, geht's hier erst mal schön her. War's das gut? Aua. Aua. Ah. Dann können wir jetzt direkt hier durch. So, dann machen wir erstmal alles. Komm schon. Gut. Dann müssen wir da nach unten springen. Da oben wäre wieder eine Soulsphere, was ja nett wäre, wenn wir die bekommen würden. Dann fahren wir nach oben wieder. Da unten war noch eine Healing Potion, aber okay. die die brauche ich jetzt nicht aufnehmen. Wir müssen da hinten vielleicht irgendwie hoch. Keine Ahnung. So, jetzt hier war doch... Ah, das war die Tür, die nicht aufging. Ähm. Da hinten geht's noch lang. Na ja, da gab's noch irgendwo eine andere rote Tür, da können wir hingehen. Mann, hier eigentlich schon? Ich höre auf jeden Fall ein paar Ims grunzen Na, scheiße Oh ja, da sind ein paar Aber die dürften kein Problem darstellen Da haben wir jetzt auf jeden Fall mal die, äh, Dinge ins blaue Karte Und hier sind wir wieder am Level Anfang, genau Ähm, dann können wir ja zurück Oh, war da noch wer? Ja, da war ich noch gar nicht Dann muss ich da wohl dringend hin Was haben wir, wo sind wir hier jetzt? Was hat mir das jetzt gebracht? Wenn ich mal so blöd fragen darf Wir waren da unten Wir sind direkt in den Teleporter gegangen Aber was hat es uns gebracht, da außen zu sein? Also Ich würde ja sagen, nichts Woher geht es hier noch irgendwo rein? Okay, ein paar, äh, hier Health Points waren da, aber Aber was jetzt nichts Bahnbrechen ist So eine große Area Für so wenig Irgendwie zweifle ich da Kann man hier eigentlich rausspringen? Nee Haben sie sich abgesichert Mal da hinten Kann man auch raus Irgendwie, jedenfalls Ähm Hier geht es auch nicht mehr rein, ey Oha Wie war ich denn da hinten Vorhin, weil da ist noch voll der Weg Aber da ist die blaue Tür Und jetzt geht es hier ab, ey Ah, hier kann man Rüberspringen, okay Ähm Wir möchten ja wieder zurück Also muss sagen Das Level hat schon ordentliche Ausmaße So wunderbar Dann Ah, okay Da ist ein Teleporter Dann nehmen wir diesen nochmal Ah, jetzt kommen wir auf der anderen Seite raus Okay Macht irgendwie Sinn, glaube ich Ja Jetzt ist die Frage Wo wir hin müssen Um das Level zu beenden Wir haben die meisten Gegner gekillt Wir haben auch sehr viele Secrets schon Weil sonst war hier nix Nehme ich an, oder? Oh, hier war noch was doch Okay, das hat jetzt irgendwas aktiviert Vielleicht sogar da draußen Nein Ah, verdammt Wo war denn jetzt nochmal Der Aufzug, wo er ihn da hingebracht hat Nach draußen Ne, hier bin ich falsch Der war doch hier irgendwo in der Nähe Ja, hier Dann gehen wir nochmal nach draußen Aber ich sehe nix Ne Hier ist auch nichts Neues Dann Bin ich eigentlich sogar schon fast wieder überfragt Hier würde ich gerne hin Ja, okay Was ich wieder machen kann Dann ist, ähm Ne, falsche Richtung Hier lang nochmal Ah, jetzt ist das hier auch offen Oder oben Aber uns fehlt hier noch so viel, ey Aber okay Ah, okay Hier haben wir noch was Oder? Aha Aber mehr nicht Also wenn jetzt noch Monster gewesen wäre Ja, bei uns fehlen 14 Stück Naja, okay Kann man wohl nix machen Ja, dann sieht man sich im nächsten Ende wieder Bis dann Bis dann